Das sind meine Gummibänder, ok? Schaut euch mal an, ob die ok sind. Schaut euch mal an, ist der ok? Ja. Ok? Ja. Ok, perfekt. Schaut euch mal auf. Können wir darum tun und den darum. Kommen wir näher her. Wenn wir die jetzt ineinander verketten, komme ich nicht raus. Richtig? Ja. Ok? Ich komme nicht nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Nach links, nach rechts. Ich komme nicht raus. Ok? Pass mal auf. Pass auf. Ok? Ja. Ok?